Ein Aufhebungsvertrag wird häufig als eine einfache Alternative zur Kündigung angepriesen. Doch Vorsicht, so ein Vertrag kann große Nachteile für Sie haben. Arbeitgebern wird es durch den Kündigungsschutz in Deutschland bewusst nicht leicht gemacht, ihren Mitarbeitern zu kündigen. Daher ist das Anbieten eines Aufhebungsvertrages zur beidseitigen Auflösung der Arbeitsbeziehung für den Arbeitgeber eine einfache Lösung, sich von einem unliebsamen Arbeitnehmer zu trennen. Für den Arbeitnehmer kann das aber ernste Folgen haben, zum Beispiel eine Verkürzung der eigentlich geltenden Kündigungsfrist oder eine Sperre beim Arbeitsamt. Unterschreiben Sie deshalb niemals einen Aufhebungsvertrag, ohne sich der Konsequenzen bewusst zu sein und ohne gegebenenfalls noch einmal nachverhandelt zu haben. Zudem können Sie in vielen Fällen eine Abfindung fordern, die häufig Bestandteil des Aufhebungsvertrages ist. Wenn Sie eine attraktive Abfindung erhalten wollen, sind gutes Verhandlungsgeschick und Know-how wichtig. Die Unterstützung durch einen Anwalt kann Ihre Erfolgsaussichten dabei stark verbessern. anwalt.de – Wir machen Rechtsberatung einfach.